Die Funkoperatoren wurden auf Kurse geschickt, um zu erlernen, wie man das neue Instrument benutzt. Obwohl die Montage und das Instrument selbst hochkompliziert waren, war die Bedienung sehr einfach. Das herausragende Merkmal des Lee waren die langen Antennen in der Nase des Flugzeugs, die die Piloten bald Stacheldraht nannten. Das von diesen Antennen abgedeckte Feld erstreckte sich 30 Grad über und unter dem Flugzeug sowie 60 Grad Backbord und Steuerbord. Das feindliche Flugzeug wurde vom Apparat in einer Entfernung erfasst, die seiner eigenen Höhe entsprach. Daher konnte der Funker, wenn der Nachtjäger auf einer Höhe von 13.000 Fuß flog, das feindliche Flugzeug auf seinem Bildschirm in einer Entfernung von 4.400 Yards sehen. Natürlich war die Maschine selbst nicht sichtbar, nur die sogenannten Zickzacklinien. Da die Entfernung allein für den Nachtjäger von geringem Nutzen wäre, erschienen auf zwei weiteren Bildschirmen vertikale und laterale Zickzacklinien. Insgesamt drei Bilder. Für den Funker bedeutete die Bedienung dieses Apparats, neben seinen anderen Aufgaben wie dem Funkkompass und der Peilungsfestlegung, der Kommunikation mit dem Bodenpersonal und über das Funkgerät eine enorme zusätzliche Arbeit. Darüber hinaus blendeten die hellblauen, flimmernden Kathodenstrahlröhren die Augen so sehr, dass der Funker nach einer halben Stunde Radarbenutzung den klaren Himmel nicht mehr erkennen konnte. Daher mussten der Pilot und der Schütze einen noch genaueren Blick auf ihren Sektor werfen. Die Installation dieses Apparats erforderte auch eine verstärkte Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis zwischen dem Flugleiter und dem Funker. Zuvor hatte der Pilot völlig freie Entscheidungen treffen können, aber jetzt musste er sich auf die Berichte seines Funkers verlassen, um dem Kurs gemäß den Radarabmessungen zu folgen. Gleichzeitig führte die Verwendung des Lee zu einer vollständigen Änderung der Taktik der Nachtjäger. Die Sektoren wurden beibehalten, aber die Richtung der Jäger wurde nun hochrangigen Bodenoffizieren anvertraut. Die Taktik wurde im Wesentlichen so geändert, dass der Nachtjäger nicht mehr in einen bestimmten begrenzten Sektor geführt wurde, sondern die gesamte Operationsgruppe wurde an der Kanalküste über einem starken Sendemast versammelt, der auf der bekannten Anflugroute des Feindes lag. Die Geschwaderkommandanten einigten sich mit ihren Staffelkommandanten auf eine geheime Frequenz. Diese wiederum traten mit ihren Besatzungen in Kontakt. So konnte der Kommandant in vergleichsweise kurzer Zeit an das Hauptquartier melden, dass seine Staffel startbereit war. Unter den günstigsten Bedingungen kreiste die gesamte Nachtjäger-Truppe in verschiedenen Höhen über dem Mast an der Küste und wurde von dort in kurzen Intervallen gegen den herannahenden Bomberstrom geschickt. Man könnte sagen, dass die Karten gut gemischt waren und das Lichtensteingerät nun beginnen konnte zu funktionieren. Zusätzlich zum Erdbild oder dem Erde-Zickzack, das konstant auf allen drei Röhren erschien und bedeutete, dass das feindliche Flugzeug nur in der Entfernung ihrer eigenen Höhe war, konnte der Funker, einmal in den Bomberstrom gelenkt, jetzt die feindlichen Maschinen orten. Bildlich beschrieben erkundeten die elektrischen Strahlen des Radars den Äther und meldeten dem Operator in Bruchteilen einer Sekunde die Höhe, Entfernung und Viertel des feindlichen Flugzeugs. Wenn zum Beispiel 800 Bomber und 100 Nachtjäger im Strom waren, bestand immer die Gefahr, dass der Radarstrahl anstelle des Gegners einen der eigenen Jäger aufgreifen würde, der vorausflog. Aber der Erfinder hatte dies vorausgesehen und ein zusätzliches Gerät hinzugefügt, das es ermöglichte, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Mit dieser neuen Waffe konnte der Nachtjäger seinen Gegner vom Ärmelkanal zum Ziel und zurück an die englische Küste verfolgen, solange er sich im Bomberstrom befand und nicht ohne Treibstoff ausging. Die Bodenstationen gaben ständig die Position der Angreifer an, sodass die Nachtjäger immer über die Luftlage informiert waren und bei Bedarf erneut in den Bomberstrom gelenkt werden konnten. Diverse Flugplätze wurden benachrichtigt und schalteten ihre Lichter ein, sobald ein Jäger in Schwierigkeiten geriet oder keinen Treibstoff mehr hatte. Mit der Einführung des Lee wurde ein intensiver Kampf gegen den Feind geführt, an dem jeder verfügbare Nachtjäger teilnahm. Die Wanderzeit hatte für die Besatzungen begonnen und es war nicht ungewöhnlich, dass sich Piloten aus Frankreich, Belgien, Deutschland oder Dänemark auf einem niederländischen Flugplatz trafen. Im grauen Licht der Morgendämmerung kehrten sie dann zu ihren eigenen Flugplätzen zurück. Ein Nachtjäger war so in seiner Aufgabe vertieft, dass er dem feindlichen Bomberstrom bis nach England folgte und, nachdem ihm der Treibstoff ausgegangen war, auf einem britischen Flugplatz notlanden musste. Für die Alliierten war die Einführung dieses neuen Geräts fast eine Katastrophe. Der Stechschritt war plötzlich zu einem Todesmarsch geworden. Am 17. November 2044, gegen 23 Uhr, herrschte große Aufregung unter den Besatzungen in Venlo. Das Thema des Tages war das Lichtensteingerät und die geheime Operation Adler. Die Division hatte den Befehl gegeben. Verschiedene Staffeln von Nachtjägern, ausgestattet mit dem neuen Radar, werden in enger Formation gegen den Feind starten. Kurz vor dem Start erhalten die Besatzungen die Position des feindlichen Bomberstroms und versammeln sich über einem Leuchtfeuer an der Küste, das das Codesignal LI sendet. Von diesem Punkt an werden sie in den britischen Bomberstrom eingeführt, der dezimiert werden muss, bevor er das Ziel erreicht. Jede Besatzung soll den Feind bis zum letzten Tropfen Treibstoff verfolgen. Die Befehle waren recht klar. Oberleutnant Knacke und sein Funker Heu gingen noch einmal alle Details und die Möglichkeiten durch, die BI dieser neuen Mission auftreten könnten. Alle Flugplätze waren sorgfältig auf der Karte markiert, denn noch wusste niemand, welche Stadt die Briten in dieser Nacht angreifen würden. Es könnte Kiel sein oder wieder Frankfurt am Main. Es gab eine fiebrige Diskussion über die Erfolgsaussichten. Keine einzige Maschine wird zurück nach England kommen, behauptete einer von ihnen. Das war offensichtlich eine Übertreibung, aber alle fühlten, dass etwas in der Luft lag. Nach ihren unbedeutenden Erfolgen BA, den jüngsten Operationen und der schrecklichen Zerstörung der deutschen Städte, war es die offensichtliche Pflicht der Besatzung, das Beste aus dieser neuen Erfindung zu machen. Um 23.20 Uhr meldeten die Küstenbodenstation den Start starker Bomberformationen aus den Mittlerns. Einsatzbereitschaft für alle 30 einsatzfähigen Maschinen und Besatzungen. Ein Bediener meldete, dass sein Lee nicht funktionierte. Ein spezielles Funkauto eilte zu dem Flugzeug und überprüfte den komplizierten Mechanismus. Der Fehler wurde schnell gefunden und die Maschine wurde für den Einsatz bereit erklärt. Um 23.45 Uhr wurde im Lautsprecher gemeldet. Die britischen Bomberformationen sammeln sich im Kartenquadrat 23. Längengrad 2 Grad 20 Minuten. Breitengrad 52 Grad 32 Minuten. Stärke der Formation. Circa 600 Flugzeuge. Flughöhe 15.000 Fuß. Alle Flugzeuge begeben sich zum Leuchtfeuer LI in Scheweningen an der Küste des Ärmelkanals. Um 23.23 Uhr 46 Minuten hob Oberleutnant Knacke als erster ab. Er bog auf Kurs 200 ab, ohne eine Runde um das Feld zu drehen. Er schaltete seine Navigationslichter aus und seine Maschine wurde von der Dunkelheit verschluckt. Ein klarer, sternenklarer Himmel lag über Holland. Ideales Wetter für Nachtjäger. Knacke schonte sein Flugzeug nicht und stieg mit 18 Fuß pro Sekunde auf die vorgeschriebene Höhe. Unteroffizier Heu rief seine Staffelkameraden über das Intercom an. Bussar 5 von Bussar 1, komm! Bussar 1 von Bussar 5. Verstanden. Befinde mich auf Kurs 200. Eine nach der anderen meldeten sich die Flugzeuge. Knacke rief den Kommandanten an und erhielt eine Antwort. Hauptmann Streit befahl vollständiges Funkstillschweigen, um zu verhindern, dass die Briten Verdacht schöpften. Die Bodenstation meldete drei weitere Nachtjägerstaffeln in der Luft. Um Mitternacht 10 Minuten. Befehl zum Angriff. Alle Flugzeuge fliegen auf Kurs 180. Die führenden Bomber fliegen über die Küste westlich von Rotterdam auf Kurs 90. Wahrscheinliches Ziel das Ruhrgebiet. Feindliche Flughöhe 16.500 Fuß. Oberleutnant Knacke schaltete sein Radar ein, stellte seinen Kurs auf 180 und kam auf 16.500 Fuß herunter. Innerhalb von fünf Minuten würde er auf die führenden Bomber treffen. Der erste echte Test des neuen Radarauges hatte begonnen. Unteroffizier Hoy beobachtete gespannt die Bilder auf den Kathodenstrahlröhren. Zu Beginn erschien nur das Boden zickzack und bildete eine regelmäßige gezackte Linie auf dem unteren Bildschirm der Röhre. Die Spannung stieg, denn bereits sechs Minuten Flugzeit waren vergangen. Dann geschah das Wunder. Von Steuerbord nach Backbord wanderte eine feine gezackte Linie über das Bodenbild hinweg in die seitliche Kathodenstrahlröhre. Der Feind. Hoy war vor Aufregung außer sich. Er gab seinem Piloten sofort einen Kurswechsel auf 90 Grad. Und siehe da, als sich die Maschine drehte, wich die Feindeslinie von Steuerbord nach Backbord zurück und blieb in der Mitte der Röhre. Der Bomber war also direkt voraus. Das Distanzrohr zeigte 4000 Yards und das Höhenrohr 16.350 Fuß. Knacke konnte nicht glauben, dass der Brite bereits auf diese große Entfernung geortet wurde. Er spähte in Richtung seines Gegners, konnte ihn aber nicht sehen. Denn die Sicht des Menschen in der Dunkelheit beträgt nicht mehr als 100 bis 200 Yards. Seine Nerven waren am Zerreißen. Nein, würde der Tommy in der Lage sein, aus seinem Radarfeld auszubrechen? Nein, denn die Besatzungen flogen immer noch ruhig in Richtung der Abwehrzone und würden erst in Alarmbereitschaft gehen, wenn das erste Suchlicht eingeschaltet wurde. Der Pilot unternahm keine Ausweichmanöver. Knacke gab Vollgas. Die Entfernung verringerte sich von 4000 auf 3500, auf 3000 und auf 2500 Yard. Plötzlich meldete Hoy einen neuen Kontakt in 2000 Yard Entfernung. Eine britische Maschine durchquerte langsam ihr Feld, von Norden nach Süden. Ein Moment lang war Knacke unsicher, welchen Gegner er verfolgen sollte. Dann entschied er sich für den nächstgelegenen Bomber. Die großen feindlichen Zickzacks zeigten sich wunderbar auf den Röhren. Die Maschine begann zu schwenken und bewegte sich nun abwechselnd von Backbord nach Steuerbord und zurück auf dem Bildschirm. Könnte die Besatzung etwas bemerkt haben? Das war unmöglich. Die Entfernung verringerte sich auf 500 und auf 300 Yard. Vorsichtig reduzierte Knacke das Gas und schaute in alle Richtungen. Hoy gab ihm die abschließenden Lee-Werte. Gegner 200 Yard voraus. 50 Fuß über uns. Dann konnte er das Licht in der Apparatur nicht mehr ertragen. Aber der Brite war für das menschliche Auge immer noch unsichtbar. Drei paar Augen durchsuchten den Himmel nach seinem Schatten. Die Situation war nicht ohne Gefahren. Es gab immer die Gefahr einer Kollision oder zuerst entdeckt zu werden. Knacke wurde nervös, da er den Feind immer noch nicht sehen konnte. Hoy schaute noch einmal in seine Apparatur. Die Zickzacks waren jetzt gigantisch auf dem Distanzbildschirm. Der Bomber musste jetzt sehr nahe am verfolgenden Nachtjäger sein. Knacke erschrak. Direkt vor ihm und etwas über ihm hatte er den kaum sichtbaren Schatten eines Viermotors entdeckt. Jetzt musste er aufpassen. Der Brite hatte ihn nicht bemerkt. Die mächtigen Haifischflossen am Leitwerk zeichneten sich deutlich gegen den Nachthimmel ab. Ein Short Sterling. Sie trug acht bis zehn Tonnen Sprengstoff in ihren Bombenschächten, bereit über dem Ruhrgebiet abgeworfen zu werden. Knacke zögerte keinen Moment, sondern griff an. Helle Flammen spritzten aus den Motoren und Tanks. Ein zweiter Burst riss die Rumpfhaut auf und tötete wahrscheinlich die Besatzung. Im gespenstischen Licht konnte er die roten, weißen und blauen Kreise auf dem Rumpf des Flugzeugs sehen, kurz bevor es mit seiner Bombenlast in die Tiefe stürzte. Dieser Abschuss hatte die Wirkung eines Albtraumstrahls auf seine Kollegen, die jetzt den Bomberstrom angriffen. Das Flugzeug explodierte mit einem hellroten Blitz im Hafen von Rotterdam und nun begann eine furchterregende halbe Stunde für den Feind. Überall am Himmel waren die Blitze von Leuchtspur geschossen aus schweren Maschinengewehren und Kanonen zu sehen. Drei, vier, fünf feindliche Bomber stürzten brennend zur Erde. Der Flugweg von Rotterdam bis zum Ruhrgebiet war mit brennenden Wracks übersät. Die Liemaschine hatte sich als Präzisionsinstrument erwiesen. Innerhalb einer halben Stunde hatte Knacke vier Bomber abgeschossen. Dann hatte er eine furchterregende Erfahrung. Hoy meldete einen Kontakt in 2000 Yard Entfernung. Knacke griff mit voller Geschwindigkeit an. Er holte seinen Gegner ein und sah im Dunkeln plötzlich das Plexiglas-Cockpit des britischen Heckschützen. In seiner Aufregung feuerte Knacke sofort in die vollen Benzintanks. Der britische Heckschütze verlor den Kopf, ließ seine Maschinengewehre zurück und sprang ab, direkt in den Propeller des nachfolgenden Nachtjägers. Es gab einen dumpfen Aufprall, der das Flugzeug von Knacke erschüttern ließ. Der Motor begann so stark zu vibrieren, dass er ihn abstellen musste. Er landete seine ungeschickte Messerschmitt 110 BI Venlo auf einem Motor. Mechaniker eilten herbei und zündeten das Flugzeug an. Im Licht ihrer Taschenlampen konnten sie immer noch Spuren von Blut und Haaren am Propeller sehen. Uniformstreifen hingen an den Antennen des Lee. Das Schicksal des britischen Schützen beunruhigte alle. Über 100 Bomber lagen in dieser Nacht als Wracks auf niederländischem Boden. Die unsichtbaren Lee-Strahlen hatten einen Massenangriff auf das Ruhrgebiet in dieser Nacht aufgebrochen und waren katastrophal für die britischen Besatzungen gewesen. Nachruf. Oberleutnant Reinhold Knacke, der Ast des Nachtjagdgeschwaders Nummer 1, wurde am 1. Januar 1919 in Strelitz geboren. Der junge Staffelführer schoss 43 feindliche Flugzeuge in nächtlichen Luftkämpfen über Holland ab. Seine Erfolge wurden mehrmals in den Wehrmachtberichten gemeldet. Aber die Einsätze begannen schließlich an seinen Nerven zu zehren. Knacke spürte dies und führte ein unglaublich asketisches Leben. Er trank und rauchte weder, noch hielt er sich in den Ruhezeiten fit, indem er Spiele mit seinen Kameraden spielte. In einer Februarnacht 1943 wurde das Schicksal dieses bescheidenen, gewissenhaften Flugoffiziers besiegelt. Sein CO hatte ihn gerade für das Eichenlaub zum Ritterkreuz vorgeschlagen, aber die Auszeichnung wurde ihm posthum verliehen. Nach einem erbitterten Kampf mit einem viermotorigen Halifax stürzten der feindliche Bomber und der Nachtjäger zusammen in die Tiefe. Der britische Heckschütze eröffnete das Feuer genau im gleichen Moment wie Knacke und die Salven auf beiden Seiten waren tödlich. Am frühen Morgen fanden die Truppen die Besatzungen und Trümmer beider Maschinen nebeneinander in einem Feld. Die Ruhe vor dem Sturm während dieser erfolgreichen Zeit mit dem neuen Radarapparat gegen die RAF wurde ich im Dezember 1942 mit dem Nachtjagdgeschwader Nummer 1 der Nachtfliegerstaffel Nummer 3 nach Parchim versetzt. Diese Anordnung kam völlig überraschend, denn während meiner 18 Monate mit diesem Geschwader hatte ich mich sehr daran gewöhnt. Die Erfolge der Staffel und die harten Zeiten, die wir gemeinsam erlebt hatten, sowie die Triumphe hatten starke Bindungen zwischen den Piloten geschaffen. Parchim liegt in Mecklenburg und war bisher vom Krieg verschont geblieben. Die Landschaft und die Bewohner strahlten Frieden und Zufriedenheit aus. Nach den aufregenden Einsätzen in Holland fühlte es sich an, als wäre ich dauerhaft in den Urlaub geschickt worden. Der CO von Parchim war offensichtlich erfreut, uns ankommen zu sehen. Die vollen Hangars wurden von den alten Trainingsmaschinen geräumt und dienten nun dazu, brandneue Nachtjägertypen aufzunehmen, die gerade aus Gotha eingetroffen waren. Die extrem gut ausgestattete Werkstatt wurde angepasst, um unsere Messerschmitz zu warten. Die gesamten Flugplatzanlagen wurden renoviert, um den Nachtjägeraktivitäten gerecht zu werden. Bis Weihnachten 1942 war das Geschwader voll ausgerüstet und komplett. Die Stütze des Nachtjagdgeschwaders Nummer 6 war die erfahrene operative Staffel aus Venlo. Der Kommandeur dieses neuen Nachtjagdgeschwaders war Hauptmann Schönert, ein erfahrener Offizier. Fast alle Besatzungen waren frisch aus der Flugschule. Wir flogen jede Nacht und keine Zeit wurde verschwendet, denn selbst die jüngeren Piloten erkannten, warum sie in Parchim waren, um die deutsche Hauptstadt vor den kommenden Terrorangriffen zu schützen. Die meisten Jungs aus den Flugschulen waren großartige Flieger. Das Fliegen lag in ihrem Blut. Hauptmann Schönert erkannte sein Glück, seine Besatzungen in Frieden und Ruhe ohne feindliche Einmischung vorbereiten zu können. Was wäre mit diesen jungen Piloten passiert, wenn sie sofort nach ihrem Schulabschluss ins Geschehen geworfen worden wären? Die Antwort war im Westen bereits gesehen worden. Nacht für Nacht kehrten die Jungen nicht zurück, während die Veteranen ihre Siege weiter aufhäuften. Und doch realisierten die Neulinge in Parchim nicht, wie glücklich sie waren. Im Gegenteil, sie verfluchten dieses gottverlassene Loch und die langweiligen Friedensbedingungen. Hauptmann Schönert pflegte zu sagen, Es ist zwar eine feine Sache, als Held zu sterben, aber du bist deinem Land als Pilot weit nützlicher. Im Westen setzte sich die Schlacht zwischen den Armeen mit unverminderter Kraft fort. Im Mai 1943 kam eine Nachricht von der Division. Der Westen braucht Verstärkungen. Da in den kurzen Sommernächten nur Angriffe auf das Ruhrgebiet in Frage kamen, versammelte das Jagdgeschwader erfahrene Besatzungen auf den niederländischen und belgischen Flugplätzen. Auch ich wurde in den Westen versetzt. Meine Besatzung freute sich. Die Kameraden, die zurückblieben, waren sehr deprimiert, als sie uns verabschiedeten. Unsere Kisten waren bis zum Bersten gefüllt mit allem, was der Flieger braucht, wenn er versetzt wird. Funksprechgerät, ein Hund, Wasch- und Toilettenutensilien, Schnapsschrank und viele andere Dinge. Der Platz im Flugzeug war begrenzt. Der Funker und der Schütze saßen zusammengedrängt im hinteren Cockpit. Unsere Messerschmitt 110 sah mehr wie ein Möbelwagen als ein schlanker Nachtjäger aus. Beim Überfliegen des Flugplatzes senkten wir unsere Flügel zum Abschied an diejenigen, die zurückblieben, und steuerten westwärts. Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 19.33 Uhr, landete ich auf dem großen Flugplatz von Gilze-Beebreda und meldete mich beim Kommandanten, Hauptmann Frank, einem alten Freund aus meinen Venlo-Tagen. Es war ein angenehmes Wiedersehen. Unter meinen neuen Kameraden waren die erfolgreichen Langstrecken-Nachtjäger Leutnant Heinz Ströning, Busmann und Oberfeldwebel Giltner. Ströning, mit Kölner Witz, erzählte mir von seinen Erfahrungen als Nachtjäger über England. In den Jahren 1941 und 1942 schwebten diese mutigen Piloten über englischen Flugplätzen und schossen die Bomber ab, während sie gerade zur Landung kamen. Onkel Heini, wie wir ihn nannten, weil er älter war als wir, lebte seine Abenteuer nach, als er sie uns erzählte. Jungs, sagte er scherzhaft, es gab so viele Tommys, die den Flugplatz umkreisten, dass wir sie mit unseren Mützen vom Himmel hätten holen können. Und ein hoher, schlanker Hauptmann schlenderte herein. Guten Morgen, Frank, sagte er mit einem leichteren Ton. Ich bin Wittgenstein und wurde ihrer Staffel zugeteilt. Was gibt es zu tun? Wo gibt es etwas zum Abschießen? Er hatte es eilig, dachte ich mir. In dem Moment stellte er sich auch mir vor. Ah, mein Freund, sagte unser Kommandeur, etwas verwirrt. Ich nehme an, Sie sind Prinz Wittgenstein, der ehemalige Bomberpilot. Ganz richtig, mein lieber Frank. Aber lassen Sie den Prinzen fallen. Nennen Sie mich einfach Wittgenstein. Lassen Sie meine Maschine in der Nähe der Kontrolle parken, damit ich sofort starten kann. Ein Narr, dachte ich, als ich mich verabschiedete. Fast alle Besatzungen waren frisch aus der Flugschule. Wir flogen jede Nacht und keine Zeit wurde verschwendet, denn selbst die jüngeren Piloten erkannten, warum sie in Parchim waren, um die deutsche Hauptstadt vor den kommenden Terrorangriffen zu schützen. Die meisten Jungs aus den Flugschulen waren großartige Flieger. Das Fliegen lag in ihrem Blut. Hauptmann Schönert erkannte sein Glück, seine Besatzungen in Frieden und Ruhe, ohne feindliche Einmischung vorbereiten zu können. Was wäre mit diesen jungen Piloten passiert, wenn sie sofort nach ihrem Schulabschluss ins Geschehen geworfen worden wären? Die Antwort war im Westen bereits gesehen worden. Nacht für Nacht kehrten die Jungen nicht zurück, während die Veteranen ihre Siege weiter aufhäuften. Und doch realisierten die Neulinge in Parchim nicht, wie glücklich sie waren. Im Gegenteil, sie verfluchten dieses gottverlassene Loch und die langweiligen Friedensbedingungen. Hauptmann Schönert pflegte zu sagen, »Es ist zwar eine feine Sache, als Held zu sterben, aber du bist deinem Land als Pilot weit nützlicher.« Im Westen setzte sich die Schlacht zwischen den Armeen mit unverminderter Kraft fort. Im Mai 1943 kam eine Nachricht von der Division. Der Westen braucht Verstärkungen. Da in den kurzen Sommernächten nur Angriffe auf das Ruhrgebiet in Frage kamen, versammelte das Jagdgeschwader erfahrene Besatzungen auf den niederländischen und belgischen Flugplätzen. Auch ich wurde in den Westen versetzt. Meine Besatzung freute sich. Die Kameraden, die zurückblieben, waren sehr deprimiert, als sie uns verabschiedeten. Unsere Kisten waren bis zum Bersten gefüllt mit allem, was der Flieger braucht, wenn er versetzt wird. Funksprechgerät, ein Hund, Wasch- und Toilettenutensilien, Schnapsschrank und viele andere Dinge. Der Platz im Flugzeug war begrenzt. Der Funker und der Schütze saßen zusammengedrängt im hinteren Cockpit. Unsere Messerschmitt 110 sah mehr wie ein Möbelwagen als ein schlanker Nachtjäger aus. Beim Überfliegen des Flugplatzes senkten wir unsere Flügel zum Abschied an diejenigen, die zurückblieben und steuerten westwärts. Bei Einbruch der Dunkelheit gegen 19.33 Uhr landete ich auf dem großen Flugplatz von Gilze bei Breda und meldete mich beim Kommandanten, Hauptmann Frank, einem alten Freund aus meinen Venlo-Tagen. Es war ein angenehmes Wiedersehen. Unter meinen neuen Kameraden waren die erfolgreichen Langstrecken-Nachtjäger Leutnant Heinz Strünning, Busmann und Oberfeldwebel Gildner. Strünning, mit Kölner Witz, erzählte mir von seinen Erfahrungen als Nachtjäger über England. In den Jahren 1141 und 1142 schwebten diese mutigen Piloten über englischen Flugplätzen und schossen die Bomber ab, während sie gerade zur Landung kamen. Onkel Heini, wie wir ihn nannten, weil er älter war als wir, lebte seine Abenteuer nach, als er sie uns erzählte. Jungs, sagte er scherzhaft, es gab so viele Tommys, die den Flugplatz umkreisten, dass wir sie mit unseren Mützen vom Himmel hätten holen können. An einem Abend im Juli 1143 saßen wir alle in unserem bombensicheren Bunker und warteten auf Einsätze. Strünning kam herein und platzte heraus. Jungs, habe ich gelacht! Ein echter blaublütiger Aristokrat ist heute eingeflogen, aber lasst mich mich setzen! Plötzlich hörten wir das leise Dröhnen von Motoren, das sich verstärkte, bis es direkt über uns war. Ein lautes Zischen und wir lagen alle flach auf dem Boden. Bomben! Das Licht flackerte und ging aus. Krach! Der nächste Stock war ziemlich nah. Eigentlich hätten wir in den Schützengraben springen sollen, aber niemand dachte daran. Im Bunker waren wir vor Splittern geschützt, und warum sollten die Bomben direkt auf das Dach fallen? Onkel Heini zündete eine Kerze an und fuhr mit seiner Geschichte fort. Ich saß heute Nachmittag mit Hauptmann Frank zusammen. Einmal draußen kam ich ins Gespräch mit der Crew des Prinzen. Unter anderem erzählten sie mir, dass ihr fürstlicher Kutscher kürzlich seinen Funker im Flugzeug in die Position des Stillstehens versetzt und ihn für drei Tage in seinen Quartieren eingesperrt hatte, weil er während einer Mission das Bild auf seinem Bildschirm verloren hatte. Da er kurz darauf drei Bomber abschoss, begnadigte er den Mann und verlieh ihm das eiserne Kreuz erster Klasse. All dies geschah in 15.000 Fuß Höhe, mitten im Strom der englischen Bomber. Es gibt keinen Halt für den Prinzen, sobald er in der Luft ist, sagten sie. Er hebt ab wie ein Verrückter und landet nur, wenn kein Tropfen Saft mehr übrig ist. Am nächsten Tag hatte ich das Vergnügen, mit ihm im Beaversektor zu fliegen. Als wir uns über dem Funkfeuer trafen, schickte er mir folgende Nachricht. »Bleib hier am Funkfeuer, ich gehe auf die Jagd.« Da er Hauptmann war und ich nur Leutnant, konnte ich nicht widersprechen, aber ich ging trotzdem auf die Jagd. Nachruf Heinrich Prinz zu sein Wittgenstein war einer der erfolgreichsten Nachtjagdflieger und sein Name wurde neben denen von Major Streib und Lent genannt. Aber die Ambitionen dieses eifrigen und herausragenden Fliegers waren es, Chef der Nachtjäger-Elite zu werden. Begeistert von seinem Bedürfnis nach Aktion, schoss der junge Gruppenkommandeur 84 feindliche Bomber in hart umkämpften Luftgefechten ab. Aber sein 84. Sieg, tatsächlich sein fünfter Abschuss in der Nacht vom 21. Januar 1944, führte ihn nicht zu seiner begehrten Position, sondern in den Tod. Direkt nach seinem fünften Sieg in dieser Nacht wurde er von einem britischen Nachtjäger angegriffen und abgeschossen. Der Prinz gab seiner Crew den Befehl auszusteigen und versuchte, sein Flugzeug zu retten. Er scheiterte und erkannte die Gefahr zu spät. Er sprang kurz, bevor das brennende Flugzeug abstürzte. Am nächsten Tag wurde sein Körper in der Nähe der Trümmer gefunden. Major Heinrich Prinz zu Sein Wittgenstein, geboren am 14. August 1916 in Kopenhagen, dekoriert mit dem Eichenlaub und Schwertern zum Ritterkreuz, wird von allen Nachtjagdfliegern als mutiger und vorbildlicher Flieger in Erinnerung bleiben. Eine warme, sanfte Brise wehte durch die muffigen Kasernen und lockte uns nach draußen. Motoren wurden am Ende des Flugplatzes hochgefahren. »Haha«, sagte Onkel Heini, »das sind unsere verbleibenden Bomber, die noch nicht auf dem Boden zerstört wurden. Die armen Besatzungen sind jetzt auf dem Weg nach England. Ich habe kürzlich mit einem ihrer Unteroffiziere gesprochen. Sie sind wirklich zu bemitleiden. In alten Zeiten starteten sie in Armadas von zwischen 400 und 600 Flugzeugen und heute sind nur noch etwa 100 von ihnen übrig. Außerdem sind diese alten Kisten veraltet und leichte Beute für die britischen Nachtjäger. Wenn heute 30 von ihnen starten, kehren wahrscheinlich nur 20 zurück. Unsere stolzen Bomberformationen im Westen waren bedauerlicherweise gesunken. Einige von ihnen wurden an die Ostfront geschickt und der Rest wurde Nacht für Nacht dezimiert, ohne ausreichende Verstärkungen zu erhalten. Die Alliierten hatten nicht nur die Luftherrschaft über die britischen Inseln errungen, sondern auch über deutsches Gebiet. Sogar der einfache Soldat begann nun, über das Versagen der Luftwaffe nachzudenken. Seine aufkeimenden Zweifel wurden jedoch weiterhin durch geschickte Propaganda unterdrückt. Die hochrangigen Nazi-Offiziere hielten Vorträge über die neuen V-1 und V-2-Waffen. Es besteht jetzt keine Notwendigkeit mehr, beharrten sie, dass wir nach England fliegen. Wir werden die Briten bald mit unserer V-1 in die Knie zwingen. Bis dahin muss der deutsche Soldat aushalten und sein Bestes tun, um das Vaterland vor weiteren Verlusten zu schützen. Es lebe der Führer. Immer die gleichen Worte. Halte durch! Halte durch! Die Nachtjagdgeschwader gaben wirklich ihr Bestes. Vom Gruppenführer bis zu den jüngsten gefreiten Piloten starteten sie Nacht für Nacht gegen den Feind. Das Bodenpersonal belastete sich bis zum Äußersten, um alle Maschinen vor Einbruch der Nacht betriebsbereit zu bekommen. Aber im Maschinenzeitalter sind alle Anstrengungen und Opfer der Geschwader vergeblich, wenn sie dem Feind im technischen Fortschritt hinterherhinken. Was wir brauchten, waren schnellere und bessere Tagjäger, Bomber oder Nachtjäger. War es nicht eine Schande für unsere Führer, dass der Tommy länger und schneller über dem Reich fliegen konnte als unsere eigenen Jäger? Im Jahr 1940 kämpften unsere Messerschmitt 109 und Focke-Wulf auf Augenhöhe mit den Hurricanes und Spitfires. Aber wie war es jetzt im Jahr 1943? Sie starteten immer noch mit den gleichen Messerschmitt 109 und Focke-Wulf, wenn auch in verbesserten Typen, gegen schnellere feindliche Maschinen wie Thunderbolts, Mustangs, Moskitos und Lightnings. Die Alliierten verwendeten ihre Hurricanes und Spits jetzt als Trainingsmaschinen. Wir fragten uns täglich, warum die Luftwaffe nicht mit Turbojets ausgerüstet war, deren Pläne bereits 1941 im Schreibtisch von Professor Messerschmitt lagen. Wollten sie vielleicht warten, bis es zu spät war? Das waren unsere düsteren Gedanken, während wir auf den nächsten Nachteinsatz warteten. Kaum hatten die Briten begonnen, erhielten wir den Befehl. Bereitschaft für alle Maschinen. Der Tommy war in der Luft. Null Uhr, fünfzig Uhr, Startbefehle. Ich flog einen Direktkurs zur Insel Schauven und stieg auf 15.000 Fuß. Biver Hauptquartier meldete die ersten Radarkontakte. Ein Uhr morgens. Mein Funker, Fassius, meldete einen Tommy, der tausend Yard entfernt in Richtung Westen flog. Volle Kraft voraus. Die feindliche Maschine näherte sich rasch. Wir waren nun direkt über der Küste. Das Meer glitzerte blass im Mondschein und das Land lag in völliger Dunkelheit. Mein Messerschmitt 110 geriet in die ersten Propellerschraubenströme. Jetzt musste ich die Augen offenhalten. Fassius gab die neuesten Meldungen. Feind fünfzig Yard voraus auf unserer Höhe. Innerhalb von Sekunden sah ich die glühenden Auspuffrohre. Acht an der Zahl. Ah, ein viermotoriger Bomber. Ich machte einen flachen Tauchgang, bis ich 150 Fuß unter dem Tommy war. Fassius hatte bereits den Typ erkannt. Eine Halifax. Ich griff an und traf das linke Flügel mit meinem ersten Schuss. Die Flammen spritzten aus den Tanks und ich konnte deutlich rote, weiße und blaue Kreise sehen. Der brennende Bomber stürzte wie ein Komet zur Erde und die Jagd ging weiter. Ein Uhr dreiundvierzig. Ein weiteres Bild auf unserem Bildschirm. Fassius machte einen guten Job. Langsam schlichen wir uns an den Gegner heran. Eintausend Yard, sechshundert, zweihundert, hundert und ich konnte bereits den dunklen Schatten sehen. Eine weitere Halifax. Eine Minute später war auch dieser Bomber in Flammen aufgegangen. Stille herrschte dann in der Luft. Einige Momente später meldete Biva Hauptquartier einen schweren Angriff auf Köln. Die verstreuten britischen Staffeln trafen sich über Köln. Ich erhielt Anweisungen von der Bodenstation, über das Beaver Bacon zu kreisen und auf ihren Rückflug zu warten. In der Ferne am westlichen Horizont konnten wir einen hellen Glanz am Himmel sehen. Die Bomben fielen auf die Domstadt. Beaver meldete bald die ersten zurückkehrenden Bomber. Lange bevor sie die Küste erreichten, verloren die Briten an Höhe, um den Ärmelkanal mit größerer Geschwindigkeit zu überqueren und den Schutz ihrer eigenen Küste zu erreichen. Falcon 10 von Biva, melden Sie sich! Ich gab meine Höhe und meinen Kurs an. Falcon 10, fliegen Sie auf Kurs 280. Feindliches Flugzeug auf 9000 Fuß. Kurierflugzeuge verlieren an Höhe. Ich reagierte sofort und setzte zur Verfolgung an. Die Entfernung betrug noch 6000 Yard. Ich tauchte steil ab und gab mehr Gas. Fazios setzte die Antennenarme des Lee in Aktion und erkundete die Luft um ihn herum. Plötzlich erschienen gezackte Linien auf dem Bildschirm. Biva meldete. Feind fliegt mit voller Geschwindigkeit auf die Küste zu. Geben Sie volle Kraft. Denken Sie, er wird entkommen? fragte mein Funker. Nein, er darf nicht entkommen, antwortete ich. Die Motoren brüllten und meine Geschwindigkeit stieg auf 310 Meilen pro Stunde. Langsam holten wir den Gegner ein. Er hat abgedreht, meldete Fazios. Die gezackten Linien auf den Kathodenstrahlröhren schwankten hin und her. Wir befanden uns bereits über dem Meer auf 6000 Fuß Höhe. Ich setzte alles auf eine Karte und stellte den Schub auf volle Leistung. Bei dieser Belastung würden die Motoren nur knappe 5 Minuten durchhalten. Fazios stoppte seine Uhr. Mein Flugzeug buckelte und zitterte. Die Vibrationen und das ruckartige Laufen der Motoren wurden an die Besatzung übertragen. Das waren die Momente größter Spannung. Jederzeit konnte man mit einer Katastrophe rechnen. Fazios meldete ruhig. Wir kommen schnell näher. Feind 1000 Meter voraus. Jetzt hatte einer von uns nur noch 10 Minuten zu leben, denn es gab keine Rettungschance über dem Meer. Einer von uns musste abspringen, denn das war das Gesetz des Krieges. 6000 Fuß jetzt, meldete Fazios. Der Feind flog auf dem gleichen Kurs und verlor an Höhe. Ein schneller Blick auf meinen Höhenmesser. Er zeigte 3600 Fuß. Wir befanden uns in einer heiklen Höhe. Es dauerte nur Sekunden, bis man aus einer brennenden Maschine springen musste. Der Falschirm brauchte Zeit zum Öffnen. Die Mae West musste aufgeblasen werden, bevor man absprang, sonst sank sie wie ein Bleiklumpen. Entfernung 400 Fuß. Nun ja, es hatte keinen Sinn, darüber nachzudenken. Helles Mondlicht Achtern begünstigte den Tommy. Er hatte die größte Chance, uns als Erster zu entdecken. Aus diesem Grund nahm ich meine Position auf seinem Viertel ein, um nicht den vollen Schlag der Bewaffnung des Heckoners zu erhalten. Fazios meldete. Entfernung 150 Fuß. Höhe 2400 Fuß. Feind direkt voraus. Und da war er. Die Haifischflossen des Bombers glänzten im hellen Mondlicht. In demselben Moment hatte der Tommy mich entdeckt und schwenkte wild nach Backbord. Der Überlebenskampf begann. Kaum war ich in Schussposition, als der Bomber hochzog. Seine Tragflächen wurden riesig, als flehten sie um Hilfe zum dunklen Nachthimmel. Aber ich blieb an seiner Fersen. Als er hochzog, kam die Rumpfspitze des Feindes voll in mein Visier. Ich feuerte, aber im Handumdrehen erkannte er die Gefahr und ging in einen steilen Sturzflug. Der Schweiß lief mir die Wangen hinunter. Mein Höhenmesser zeigte nur noch 900 Fuß. Der britische Pilot zog kurz über dem Wasser im allerletzten Moment heraus. Jetzt war er zu tief, um erneut abzutauchen. Der Pilot taumelte wie ein Wahnsinniger, um meine Zielerfassung zu stören. Die Besatzung feuerte verrückt mit all ihren Waffen, und die Leuchtkugeln umrahmten meine Maschine. Jetzt ging es darum, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich tauchte direkt hinunter zum Wasser. Als Folge dieses Manövers verlor der Tommy mich wahrscheinlich aus den Augen. Für einen Moment flog er auf gleicher Höhe, dann zog ich hoch und drückte den Knopf meiner Kanone und Maschinengewehre. Eine riesige blaue Flamme spritzte aus dem Backbord-Benzintank, und der Bomber stürzte mit seiner Besatzung ins Meer. Meine Besatzung atmete erleichtert auf. Sie hatten diese angstvollen Momente durchlebt, ohne etwas tun zu können. Niemand sagte ein Wort, als wir über der Absturzstelle kreisten. Ein helles, rotes Gluckern des Wassers und wieder Dunkelheit und Stille. Langsam stieg ich auf 3000 Fuß und flog in Richtung der niederländischen Küste. Fassius rief Beaver Hauptquartier an. Aber sie hörten uns nicht, denn unser Kampf hatte uns zu weit hinaus aufs Meer getragen. Nach diesem dritten Sieg war ich am Ende. Nur eine Idee blieb in meinem Kopf. Nach Hause zu kommen, zu landen und zu schlafen. Endlich antwortete Beaver. Beaver von Falcon 10, rief ich. Dritter Abschuss. Ein Wickers Wellington über dem Meer abgeschossen im Kartenquadrat IG 33, auf dem Weg nach Hause. Um 2.47 Uhr setzte ich auf dem Leitstrahlpfad in Gilzerin auf. Ich hörte kaum die Glückwünsche meiner Kollegen. In den Hütten traf ich Heinz Strünning. Mein Gott, Yonen, sagte er. Ich war über Köln. Es war ein grauenhafter Anblick. Die ganze Stadt stand in Flammen. Hoffentlich sind meine Frau und Kinder noch am Leben. Wenn das so weitergeht, werden wir bald in echten Schwierigkeiten sein. Das war das erste Mal, dass ich unseren fröhlichen Heini ernsthaft sah. Langsam schlenderten wir zurück zu unseren Hütten. Der Nachtwind kühlte unsere erhitzten Stirnen. Gute Nacht, Heini. Morgen wieder unterwegs, nehme ich an. Nacht, erwiderte er. Aber ich hoffe, es wird nicht über Köln sein. Durch einen glücklichen Zufall landete ich wieder auf meiner alten Station. Venlo. Welche Veränderung fand ich in Nachtjagdgeschwader Nummer 1 vor? Mein früherer Kommandeur, Major Streib, freute sich, mich zu sehen. Nur noch wenige seiner vertrauten Veteranen waren am Leben. Die Männer mit Erfahrung waren in alle Richtungen verstreut und bildeten das Rückgrat der Nachtjagdgeschwader von Paris bis Flensburg. Neue Gesichter begrüßten mich. Der einst ritterliche Kampf der Nachtjäger, der für die faire, disziplinierte Ausbildung der Flieger unter dem Druck der schrecklichen Verluste, die der Zivilbevölkerung durch den Rund-um-die-Uhr-Bomben-Krieg zugefügt wurden, sprach, hatte sich zu einem rücksichtslosen Krieg entwickelt, bei dem kein Pardon gegeben wurde. Die Gesichter der Piloten waren hart geworden und keine Spur von Jugendlichkeit war mehr zu sehen. Major Streib, der erfolgreichste Kommandeur eines Nachtjagdgeschwaders, hatte nun 66 feindliche Bomber abgeschossen und erhielt das Eichenlaub mit Schwertern zu seinem Ritterkreuz. In der vergangenen Nacht hatte er innerhalb kurzer Zeit seine Bilanz um 5 erhöht, dank unseres neuen Nachtjagdflugzeugs, der Heinkel HE 219. Später hatte er einen Unfall BA der Landung. Dieser Heinkel-Typ, ursprünglich dank der Energie von General Kammhuber in Zusammenarbeit zwischen Nachtjagdkommando, Truppen und Industrie entwickelt, hatte immer noch Anlaufschwierigkeiten. Obwohl die Forderungen der Piloten nach hoher Geschwindigkeit, starker Bewaffnung, guter Reichweite und Sicht erfüllt worden waren, hatte dieses Prototyp Mängel im Design. Bei hohen Geschwindigkeiten begann das Heck zu wackeln. Die Rumpflänge wurde verlängert, um dies zu überwinden. Streib flog dieses Flugzeug ab seinem siebten Testflug. In der vorherigen Nacht war die Heinkel HE 219 erstmals im Einsatz. Fünf Bomber wurden abgeschossen. Aber bei der Landung, obwohl das Flugzeug nicht getroffen worden war, wurden verschiedene Instrumente außer Betrieb gesetzt. Die Landeklappen funktionierten ebenfalls nicht. Sie konnten in Landeposition gesenkt werden, stiegen jedoch sofort wieder in den Normalflug auf. Streib war daher gezwungen, mit sehr hoher Geschwindigkeit zu landen. Als das Flugzeug mit einem Ruck auf der Betonlandebahn aufsetzte, brach der Steuerbordmotor ab vom Flügel. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall. Die Heinkel HE 219 brach buchstäblich in Stücke. Flügel und Rumpf kollabierten. Das Plexiglas-Cockpit löste sich vom Körper und wirbelte mit dem Piloten 50 Meter durch die Luft. Glücklicherweise blieb Streib unverletzt. Die Feuerwehr und die Sanitäter eilten herbei, um seinen Funker, Unteroffizier Fischer, aus den Trümmern zu befreien. Durch ein Wunder war auch er unverletzt. Die beiden hatten erstaunliches Glück. Der Tin-Fall-Feind am 27. Juli 1943 lag etwas in der Luft. Die Frühwarnungen vom Freya-Gerät an der Kanalküste deuteten auf einen groß angelegten britischen Angriff hin. Am späten Nachmittag erhielten verschiedene Flag-Einheiten, Nachtjäger-Geschwader und zivile Luftschutzposten den Befehl, ihre volle Besatzung in Gefechtsbereitschaft zu haben. Was hatten die Briten vor? Welche Stadt sollte in dieser Nacht das Opfer dieser gut vorbereiteten Angriffe sein? Jede düstere Vorahnung sollte sich in dieser Nacht erfüllen. In völliger Unkenntnis starteten die Nachtjäger-Geschwader gegen die britischen Bomber, deren Führer über Nordholland gemeldet wurden. Ich war im Einsatz und flog in Richtung Amsterdam. An Bord war alles in Ordnung und die Besatzung war guter Laune. Funkoperator Fazius machte eine letzte Überprüfung und meldete, dass alles bereit sei. Die Bodenstationen riefen ständig die Nachtjäger an und gaben ihnen die Positionen der Bomber bekannt. In dieser Nacht jedoch hatte ich das Gefühl, dass die Meldungen hastig und nervös erfolgten. Es war offensichtlich, dass niemand genau wusste, wo der Feind war oder was sein Ziel sein würde. Eine frühzeitige Erkennung der Richtung war entscheidend, damit die Nachtjäger so früh wie möglich in den Bomberstrom eingeführt werden konnten. Aber die Funkmeldungen widersprachen sich ständig. Mal war der Feind über Amsterdam und dann plötzlich westlich von Brüssel und einen Moment später wurden sie weit draußen im Meer im Kartenquadrat 25 gemeldet. Was war zu tun? Die Unsicherheit der Bodenstationen wurde an die Besatzungen weitergegeben. Da dieses Versteckspiel einige Zeit dauerte, dachte ich, zum Teufel mit ihnen allen und flog direkt nach Amsterdam. Als ich über der Hauptstadt ankam, war die Luftlage immer noch völlig durcheinander. Niemand wusste, wo die Briten waren, aber alle Piloten meldeten Bilder auf ihren Bildschirmen. Ich bildete da keine Ausnahme. In 15.000 Fuß meldete mein Funker das erste feindliche Flugzeug in seinem Lee. Ich war begeistert. Ich drehte auf den Kurs in Richtung Ruhr, denn auf diese Weise würde ich den Strom sicher erreichen. Fazius meldete drei oder vier Bilder auf seinen Bildschirmen. Ich hoffte, dass ich genug Munition haben würde, um mit ihnen umzugehen. Dann schrie Fazius plötzlich. Tommy kommt mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu. Entfernung nimmt ab. 2000 Meter, 1500, 1500. Ich war sprachlos. Fazius hatte bereits ein neues Ziel. Vielleicht war es ein deutscher Nachtjäger auf westlichem Kurs, dachte ich mir und steuerte den nächsten Bomber an. Es dauerte nicht lange, bis Fazius wieder schrie. Bomber kommt mit Höllengeschwindigkeit auf uns zu. 2000, 1500 Meter. Er ist weg. Du spinnst, Fazius, sagte ich scherzhaft. Aber ich verlor bald meinen Humor, denn diese verrückte Vorstellung wurde 20 Mal wiederholt und schließlich gab ich Fazius so eine Standpauke, dass er tief beleidigt war. Diese angespannte Atmosphäre an Bord wurde plötzlich von einer Bodenstation unterbrochen, die rief. Hamburg, Hamburg. 1000 feindliche Bomber über Hamburg. Aufruf an alle Nachtjäger, Aufruf an alle Nachtjäger. Volle Fahrt nach Hamburg. Ich war sprachlos vor Wut. Eine halbe Stunde lang hatte ich mich in einem vermeintlichen Bomberstrom herumgetrieben und die Bomben fielen bereits auf Deutschlands großen Hafen. Hamburg war weit weg. Das Eiselmeer, die Ems und die Weser verschwanden unter uns und Hamburg tauchte in der Ferne auf. Die Stadt brannte wie ein Ofen. Es war ein entsetzlicher Anblick. Bei meiner Ankunft über der Stadt meldete die Bodenstation bereits den Heimflug des Feindes in Richtung Helgoland. Zu spät. Die Flakgeschütze hatten bereits aufgehört zu schießen und das grausame Werk der Zerstörung war vollbracht. Mit gedrückter Stimmung flogen wir zurück zu unserem Flugplatz. Wie konnte die deutsche Verteidigung so machtlos gemacht werden? Wir wissen es heute. Die Briten hatten ein Beispiel unseres erfolgreichen Liegeräts beschafft und die Gegenmaßnahme gefunden. Mit lächerlichen Streifen aus Alufolie konnten sie nun die gesamte deutsche Nachtjägerarmee auf falsche Fährten locken und ihr eigenes Ziel unbehelligt erreichen. Es war eine einfache, aber brillante Idee. Wie bekannt ist, funktioniert Radar auf einer bestimmten ultrakurzwälligen Frequenz. Durch das Abwerfen dieser Alufolienstreifen blockierten die Briten diese Frequenz. Auf diese Weise wurde das Luftziel erreicht und für den Nachtjäger wurde der Bomber wieder genauso unsichtbar, wie es vor der Erfindung des Lichtensteingeräts der Fall war. Während der Hauptbomberstrom weit draußen auf dem Meer in Richtung Hamburg flog, waren kleinere Formationen über Holland und Belgien nach Westdeutschland geflogen und hatten Millionen von Alufolienstreifen abgeworfen. Diese Laminetter erschienen auf den deutschen Bildschirmen als feindliche Bomber und legten verschiedene Bodenstationen lahm. Die kleineren Formationen warfen gemäß dem Zeitplan enorme Mengen an Leuchtkörpern, den berühmten Weihnachtsbäumen, über verschiedenen Städten im Ruhrgebiet ab. Ein paar Bomben wurden auch abgeworfen. Die Nachtjäger rasten aus allen Richtungen auf diese Angriffssignale zu und suchten vergeblich nach dem Bomberstrom. In der Zwischenzeit hatten die Anführer der britischen Hauptangriffstruppe Helgoland ungehindert erreicht und mehr Streifen abgeworfen, die die Bodendetektoren außer Betrieb setzten. Mit einem Schlag waren sowohl die Boden als auch die Luftverteidigung gelähmt. Am folgenden Morgen im Tageslicht waren ganze Gebiete in Holland, Belgien und Norddeutschland mit diesen Alufolienstreifen übersät. Einige behaupteten, dass sie giftig seien und das Vieh töten würden. Die Harmlosigkeit dieser kleinen Stücke Alufolie am Boden wurde bald klar, aber in der Luft waren sie tödlich für das Leben einer ganzen Stadt. Ein paar Tage später erfuhren wir weitere Details von der Qual dieser schwer getroffenen Stadt. Die wütenden Brände B.I. stark im Wind verursachten verheerende Schäden und der schmerzliche Verlust von Menschenleben übertraf alle vorherigen Angriffe. Alle Versuche, sie zu löschen, erwiesen sich als fruchtlos und technisch unmöglich. Die Brände breiteten sich ungehindert aus und verursachten feurige Stürme mit Temperaturen von bis zu 1000 Grad und Geschwindigkeiten, die sich Gale Force näherten. Die engen Straßen von Hamburg mit ihren unzähligen Hinterhöfen begünstigten die Flammen und es gab keine Fluchtmöglichkeit. Aufgrund des dichten Teppichbombardements waren große Teile der Stadt innerhalb einer halben Stunde zu einem einzigen Flammenmeer geworden. Tausende kleine Feuer vereinigten sich zu einem riesigen Flächenbrand. Der feurige Wind riss die Dächer von den Häusern, entwurzelte große Bäume und warf sie wie brennende Fackeln in die Luft. Die Bewohner suchten Zuflucht in den Luftschutzkellern, in denen sie später verbrannt oder erstickt wurden. Am frühen Morgen konnte man tausende verkohlte Leichen in den ausgebrannten Straßen sehen. Ich habe dieselbe Kameradschaft auch unter euch gefunden. Wir stehen denselben Gefahren gegenüber und doch nagt etwas an mir. Bei diesen Worten lag ein bitterer Ausdruck auf seinem Gesicht. Wir zerstören uns selbst. Unser Kampf richtet sich nicht gegen die Kräfte der Natur zum Wohl der Menschheit, sondern ist der Versuch, das Leben mit allen neuen Waffen der Wissenschaft zu zerstören. Sitzen nicht Männer unserer Rasse, vielleicht die blonden Briten, mit denen ich in der Biscaya segelte und Freundschaft schloss, Nacht für Nacht in ihren Bombern und verwandeln unsere Städte in Ruinen? Jeder tut seine Pflicht. Aber verschärfen wir dadurch nicht unseren Hass? Nachts sehen wir nur den feindlichen Bomber und seine hellroten, weißen und blauen Kreise. Unsere Städte brennen. Der Bomber muss um jeden Preis abgeschossen werden. Und wenn er abstürzt, jubeln wir. Wir sehen nur den brennenden Bomber und nicht die Besatzung. Wir sehen nur das niedergestreckte Emblem, nicht die Jungen, die in ihrem Todeskampf an ihren Gurten hängen. Und dann triffst du vielleicht eines Tages einen Tommy, der abgesprungen ist. Du triffst ihn unten. Seine Augen haben den harten Glanz der Schlacht verloren. Ihr schüttelt euch die Hände. Und dieser Händedruck ist der Beginn einer Kameradschaft, geboren aus einem Leben und Todeskampf. Dankbar nimmt er die Zigarette an, die du anbietest. Die Barriere, die uns trennte, ist gefallen und zwei Männer stehen einander gegenüber. Feindseligkeit und Propaganda haben sie zu Feinden gemacht, aber die gemeinsame Gefahr des Kampfes hat sie zu Freunden gemacht. So wie hier, in kleinem Maßstab, Hass in Freundschaft umgewandelt wird, möge auch der rassische Hass sich in Freundschaft verwandeln. Aber die eiserne Panzerung, in der sich die Nationen hüllen, deren äußere Symbole, Embleme und Drohungen sind, muss weggefegt werden. Denn je mehr die moderne Welt die Wissenschaft nutzt, desto blutiger werden die Kämpfe. Je mehr sich der Mensch hinter Panzerplatten und Stahl verschanzt, desto größer wird sein Wille zur Zerstörung. Aus diesem Grund muss dieser blutige Mord ein Ende finden. Die Menschen müssen ihre blutbeschmierte Rüstung ablegen, es sei denn, die ganze Welt soll zerstört werden. Alle Menschen der Welt könnten in Frieden leben und dieser Weg muss gemeinsam eingeschlagen und geschützt werden, damit sie alle gegen jeden aufstehen könnten, der vom Weg abweicht. Hauptmann Schönert blickte zum dunkler werdenden Himmel auf. Kurz waren diese Stunden der Entspannung, denn die Bedrohung durch die Briten hing wie ein Damoklesschwert über den deutschen Städten. Sie versuchten, das Herz Deutschlands aus der Luft zu zerstören. Wir alle lebten unter dem Bann der bevorstehenden Katastrophe. Diese Ruhezeit musste genutzt werden, um die Neulinge auszubilden. Nacht für Nacht flogen, übten und trainierten wir, bis die Rekruten ihre Maschinen mit der Präzision eines Schlafwandlers bedienen konnten. In Hamburg war jeder Gedanke in jedem Kopf, die Stadt zu verlassen und das Schlachtfeld zu verlassen. In den folgenden Nächten bis zum Drei. August 1943 kehrten die Briten zurück und warfen auf die fast wehrlose Stadt etwa 3000 Sprengbomben, 12.000 Landminen, 25.000 Sprengbomben, 3 Millionen Brandbomben, 80.000 Phosphorbomben und 500 Phosphordrommeln ab. 40.000 Männer wurden getötet, weitere 40.000 verwundet und 900.000 waren obdachlos oder vermisst. Dieser verheerende Angriff auf Hamburg hatte die Wirkung eines roten Lichts auf alle großen deutschen Städte und auf das gesamte deutsche Volk. Jeder fühlte, dass es jetzt höchste Zeit war zu kapitulieren, bevor weiterer Schaden angerichtet wurde. Aber das Oberkommando bestand darauf, dass der Totalkrieg fortgesetzt werden sollte. Hamburg war nur das erste Glied in einer langen Kette von erbarmungslosen Luftangriffen der Alliierten auf die deutsche Zivilbevölkerung. Kurz nach unserer Rückkehr aus dem Westen nach Parchim hatten wir eine kleine Feier, bei der der Alkohol reichlich floss. Ein Kamerad aus Essen, Peter Spoden, der in der Kameradschaft sehr beliebt war, musste immer wieder in den Keller gehen. Der alte Mann, Hauptmann Schönert, war mit der gesamten Mannschaft in freundschaftlichem Verhältnis. Er erinnerte sich an seine eigene Jugend und sprach begeistert von seinem Leben als Seemann. Während einer Pause auf der Party stand er plötzlich auf, packte einen von uns an den Schultern und zog ihn zum Fenster. Die letzten Strahlen der Abendsonne brachen über den Wolkenbänken am Horizont und färbten den Himmel scharlachrot. Der Himmel war ein Farbenrausch, von dem zartesten Blau bis zum feurigen Rot an der aufsteigenden Wolkenbank. Der Abend war angebrochen und tiefer Frieden lag über dem Land. Der Kommandant öffnete das Fenster, um die kühle Luft hereinzulassen. Die Kiefernwälder dufteten. Er paffte genüsslich seine Zigarre und wandte sich mit einem Lächeln an uns. Jungs, ihr habt euch ein ziemlich hartes Stück vorgenommen. Ihr steigt in eure Kisten und werdet von der Dunkelheit verschluckt. Einige von euch kehren von Einzelkämpfen tausende von Fuß über der gequälten, brennenden Erde zurück. Jeder von euch wirft sein Leben ohne ein Murmeln in die Waagschalen. Ein verdammt hartes Leben. Im Alter von 20 Jahren führte ich ein sorgloses, glückliches Leben. Ich segelte als Schiffsjunge über die sieben Meere und lernte andere Nationen zu schätzen und zu lieben. Überall konnte man gute Kumpels finden. Wir wurden alle in unseren Frachtschiffen zusammengeworfen. Briten, Norweger, Dänen und Deutsche. Anfangs war die Atmosphäre sehr kalt, aber sobald wir den ersten Sturm hinter uns hatten, lächelten wir uns an. Während der ersten Tage auf See war jeder Mann für sich selbst und doch, sobald wir Heimweh verspürten, kamen wir uns näher. Bald waren wir Kumpels und Brüder, zum Teufel mit allen Vorurteilen. Hier im heulenden Sturm, wenn die riesigen Brecher die Decks überfluteten und Vater tot im Bug stand, befand sich die echte Völkerbund. Wir lachten über die tobenden Meere. Und dieses Lachen bedeutete Vertrauen und gegenseitige Hilfe in Leben und Tod. Als der Sturm sich gelegt hatte, hatten wir eine Atempause und uns wurde ein neues Leben geschenkt. Nach vielen Monaten in unserem Heimathafen waren wir zu einer Gemeinschaft geworden, die keine Unterschiede in Volk, Rasse oder Sprache anerkannte. Mit schwerem Herzen verabschiedeten wir uns in der Hoffnung, dass wir die Kameraden, die unsere Freuden und Leiden geteilt hatten, nie vergessen würden.